Riesiges Update für Starfield. Mit solchen Worten wird momentan um sich geworfen. Wir schauen uns das mal an, ob das wirklich so riesig ist. Bleibt dafür gerne dran. Moin, mein Name ist Fub. Für die, die mich nicht kennen, ich bin auf dem Kanal hier Stefans Co-Moderator. Ich helfe ihnen bei der Videoproduktion. Starfield-Content gab es ja letztes Jahr auch schon von mir. Vielleicht kennt mich der ein oder andere noch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier wieder mal auf dem Hauptkanal zu sehen sein darf. Und wir springen jetzt mal gemeinsam in das neue Update für Starfield. Am 15. Mai soll das Ganze kommen. Bethesda hat ein eigenes Video hochgeladen, wo sie die Features erläutern und kurz was zeigen. Das lasse ich jetzt mal so im Hintergrund ein bisschen laufen. Und ich erzähle euch dazu meine Meinung und ob das wirklich so gigantisch ist oder nicht. Das erste Feature ist verbesserte Oberflächenkarten. Wer das Spiel viel gespielt hat, weiß, warum das ein Problem war. Man konnte immer wenig sehen auf der Map. Generell die Struktur der Karte war nicht vernünftig ersichtlich. Und man wusste einfach nicht, wo man hin muss, wo man hin kann, weil ja zu wenig Icons auf der Map da waren. Das wird jetzt verändert. Das sehen wir hier auch gleich im Video. Da ist es schon. Da muss ich persönlich auch sagen, Hut ab. Das sieht jetzt richtig schick aus. Man kann alle Icons gut sehen. Man kann, ich glaube, man kann da auch zu jedem dann eine Schnellreise machen, wenn man zum Beispiel in der Stadt ist. Hier kann man das zum Beispiel sehr gut sehen. Es ist sehr gut ersichtlich, wo man überall hin muss. Gefällt mir persönlich irrsinnig gut. Das ist wirklich einer der besseren Änderungen. Sprich, da kann man auf jeden Fall schon mal einen Punkt nach oben geben. Bis jetzt eins von eins gute Änderungen und auch Änderungen, die einen direkten Impact haben. Ich habe das Video gerade kurz pausiert. Dieser Bildschirm ist nämlich meiner Meinung nach der interessanteste vom ganzen Update. Hier könnt ihr Gameplay-Options machen, also Spieloptionen könnt ihr euch einstellen, so wie ihr euer Spiel haben wollt. Was ist damit gemeint? Ihr könnt euch euer Spielerlebnis individueller einstellen und zwar mit folgenden Punkten. Die ersten beiden Punkte hier sind im Waffenkampf der Schaden, den ihr austeilt und den Gegner austeilen. Ist euch das Spiel zu leicht? Ganz einfach. Ihr könnt euren Schaden verringern, den ihr macht oder einfach den, den die Gegner machen, erhöhen. Oder auch entgegengesetzt, wenn ihr gerne lange offen im Feld rumsteht, aber selber ordentlich austeilen wollt. Dann könnt ihr das natürlich so anpassen, dass ihr wenig Schaden macht, die Gegner auch. Also da ist euch freier Lauf gelassen. Selbige Einstellung könnt ihr für den Schiffskampf vornehmen. Viel Schaden, wenig Schaden von Gegnern, von euch. Ihr könnt euch auch die Zielhilfe noch verstärken, falls euch das bis jetzt zu wenig ist. Einer der großen Mankos in dem Spiel, oder was heißt Manko? Also, ja, wie soll man es sagen? Das, was schnell nervig wurde, I guess, ist, dass man relativ schnell immer an dem Limit war, was man tragen konnte. Auch das lässt sich hier verändern. Ihr könnt das greatly increaseen, wie es hier im Video steht. Also ihr könnt das stark erhöhen, das Limit. Was ihr auch einstellen könnt, ist, von wie weit ihr entfernt auf euren Cargo zugreifen könnt. Es gibt sogar eine Option, dass ihr das von überall könnt. Und falls euch das noch immer nicht genug ist, könnt ihr von eurer Munition das Gewicht entweder schwerer oder leichter machen. Ein weiterer nerviger Punkt war, dass man bei den Händlern einfach nicht genug verkaufen konnte. Ihr habt super viel gelootet, wollt das alles verschäbeln. Ja, Pustekuchen. Ihr könnt zwar zum Händler gehen, aber der hat nicht genug Credits. Dann müsste man entweder die nächsten Suchung oder 48 Stunden im Spiel verstreichen lassen. Sehr nervig. Das könnt ihr jetzt ändern. Die Heilungspower von den Items könnt ihr verändern. Sowohl von dem Essen, als auch von den medizinischen Items. Die Schlafheilung unter anderem noch. Und noch zwei, drei andere Sachen, die euch das schwer etwas erschweren oder erleichtern. Es sei dazu erwähnt, umso schwieriger ihr euch das Spiel macht, desto mehr XP kriegt ihr. Ihr seht hier hinten, dass ihr zum Beispiel 4% mehr XP bekommt, wenn ihr weniger Schaden austeilt. Das Ganze wird dann hier oben addiert oder subtrahiert. Je nachdem. Mit diesen Einstellungen, die gerade im Hintergrund sichtbar wären, würde man zum Beispiel 4% weniger Erfahrung bekommen. Aber das Spiel ist eben ein bisschen leichter. Bethesda hat in ihrem Video hier auch nochmal hervorgehoben, dass man die Schwierigkeitsstufe extrem auswählen kann. Das ist dann über der sehr schweren Option. Das war denen nochmal wichtig, dass man das hervorhebt. Einfach, dass man weiß, dass man sich eine sehr große Challenge machen kann. Das nochmal so am Rande. Die Änderung finde ich persönlich auch sehr gut. So kann man sich das einfach zurechtbasteln, wie man Lust hat. Also definitiv auch einen Daumen nach oben. Aber kleiner Spoiler. Für mich war es das jetzt eigentlich auch schon so an den großen positiven Sachen. Jetzt kommen wir zu den anderen Änderungen, die vielleicht nicht jeden interessieren. Zum Beispiel das, was wir hier im Hintergrund sehen. Ihr könnt das Innenleben eures Schiffes gestalten. Was ich hier ein bisschen schade finde, ist, man verbringt im Schiff ja eigentlich nicht mehr wirklich viel Zeit, wenn man später nur noch am Schnellreisen ist und auch eigentlich nur aus dem Cockpit das Schnellaussteigen benutzt oder Schnellreise irgendwo hin macht. Ich persönlich würde davon also gar nicht so viel mitbekommen, dass ich mein Schiff dekoriert habe. Klar, da spielt jeder anders und das ist auch sicherlich ein sehr cooles Feature für die, die gerne was einrichten. Das will ich da gar nicht irgendwie runterreden. Ich habe nur, wie gesagt, die Vermutung, dass das vielleicht nicht jeden so sehr interessiert. Aber dennoch cool, dass es implementiert wird. Jetzt im Hintergrund ist gerade zu sehen, dass man seinen Charakter neue Eigenschaften geben kann, wenn man das Spiel durchgespielt hat und den New Game Plus Modus wählt. Wir können unser Aussehen verändern und das, was wir eben hier gerade gesehen haben, die Eigenschaften, die man vor dem Start des Spiels sogar noch auswählt, dass man zum Beispiel eine Alien-DNA hat oder ein Traumhaus auf einem abgelegenen Planeten hat. Das könnt ihr dann ändern, wenn ihr da Lust auf neue Sachen habt. Finde ich sehr, sehr cool, weil, ja, es hat vorher wenig Sinn gemacht, New Game Plus zu starten, wenn man einfach was Neues ausprobieren wollte, da man da eh nicht die Gelegenheit zu hatte. Fällt auch wieder unter die Kategorie Nett. Nichts bahnbrechendes, aber definitiv ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Für die Xbox Series X wurde implementiert, dass ihr jetzt zwischen dem Performance und dem visuellen Modus entscheiden könnt. Also wollt ihr, dass das Spiel flüssiger läuft und mehr Frames hat oder wollt ihr, dass es einfach nochmal ein bisschen knackiger aussieht. Das Ganze ist vermutlich nicht für die Xbox Series S verfügbar, aber X-Besitzer können dann endlich aussuchen, was ihnen lieber ist. Eine weitere kleine Erinnerung ist, dass man jetzt die Option hat, das Dialogfenster zu toggeln, also ein- oder auszuschalten. Das ist das, wenn man immer so ganz nah ranzoomt in ein Gespräch. Manche Leute stört das, die können dann endlich jetzt sagen, okay, gefällt mir, gefällt mir nicht, schalte ich aus, schalte ich an. Da ist jedem freien Lauf gelassen. Eben gerade haben wir kurz hier oben diese Reiter gesehen, das skippe ich einmal kurz zurück im Video. Wenn wir im Verkaufsmenü sind, sehen wir jetzt oben, in welchem Menü wir uns befinden. Eine kleine Änderung, aber trotzdem eine gute. Das war immer sehr nervig, dass man das nicht vernünftig sehen konnte. Eigentlich was, was von Anfang an dabei sein sollte. Auch ein bisschen schade, dass es so lange gedauert hat, dass das jetzt im Spiel ist. Aber hey, besser spät als nie. So, das war es zu den Updates, die in sehr naher Zukunft kommen, nämlich am 15. Mai, wie bereits erwähnt. Und jetzt noch eine kleine Sache, die sie geteasert haben. Später im Video sieht man hier, zack, da ist er. Es gibt Landfahrzeuge. Wann das kommt, wissen wir nicht. Das war, wie gesagt, nur ein kleiner Teaser. Sieht cool aus und war auch einer der Sachen, die ich damals auf jeden Fall sehr vermisst habe. Mal gucken, wie sich das dann spielen wird. Es wird auch nochmal später im Video hier angeteasert, dass ja noch ein DLC rauskommt. Da sind die fleißig am Arbeiten. Klar, dass das nochmal erwähnt wird. Und ja, das war es jetzt auch schon. Also, durch die Bank weg kann man sagen, ist alles eine gute Änderung. Und manche davon auch relativ groß, aber ja. Für mich persönlich fällt das unter ein nettes Update und nicht gigantisch oder riesig, großartig. Aber klar, es bringt das Spiel in die richtige Richtung. Und wer weiß, vielleicht erhält das ja nochmal einen deutlichen Aufschwung dadurch. Vielleicht ist es auch einfach eine nette Vorbereitung für das DLC in der Zukunft. Lasst mich gerne wissen, was ihr von dem Update haltet. Ich würde das Video hier jetzt nämlich beenden. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Bleibt gerne mit einem Abo da, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Schaut euch auch noch gerne die Videos an, die hier irgendwo um mich rumfliegen. Das sind aktuelle Videos, unter anderem zum Beispiel zu Fallout. Da hat der liebe Stefan ein paar Guides zusammengeschmiedet. So, jetzt aber wirklich. Ciao, Kakao. Euer Fupp. Tschö, tschö.